Es war eine gewisse Zeit, um in dem Auto schnell zu werden, schnell zu sein und das denke ich würde er auch brauchen, aber er wird vom Ding. Es ist eigentlich eine zusätzliche Motivation, wenn man weiß, da vorne fährt der Bremse oder geht es im nächsten Jahr da vorne fährt der Handy.